Hallo Freunde ist kein YouTube-Sport. Willkommen zurück bei Need for Speed. Ist jetzt knapp bei mir anderthalb Woche her. Hatte ein Controllerproblem. Ich hatte alte Controller gehabt. Ich mache aber jetzt über die neuen kein Unboxing. Ich habe mir neue gekauft, also bei IBR steigert. Und da kann ich jetzt wackeln und Verbindung besteht trotzdem. Was ich vorher mit dem anderen hatte und da ging der regelmäßig aus. Also man konnte nicht spielen. Ihr kennt das. Wenn ihr da macht, dann wackelt ihr auch und so. Oder mit der Vibration da drin. Deswegen muss ich warten. Ich konnte keine Rennspiele weiter zocken. Ich muss gucken, dass ich wieder ins Fahrfeeling reinkomme. Ich hoffe doch, dass es nicht mir allzu sehr schwer fällt. Und jetzt mal eure Euglern zu dem schönen Kamaro. Ja, Freunde. Das ist jetzt mein Kamaro. Ich habe euch jetzt gerade mal kurz so ein bisschen gegönnt, um mal drüber zu schweifen. Fenster habe ich matt gemacht. Ich hätte glänzt machen können, aber ich finde matt irgendwie so ein bisschen stylischer. Ja, und eigentlich wollte ich die Front leuchten, wollte ich schwarz machen. Aber da funktioniert das nur auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist er dann blind irgendwie. Also funktioniert das dann halt nicht. Und ja, wieso Werner? Weil ich volles Rohr und so. Und diese Karre irgendwie so einfach denke ich mal, das wäre Werner-Style gewesen. Und es war, ich hing hier ein bisschen dran, um den da so zu machen, dass er einigermaßen original aussieht. Ihr habt ja in der letzten Aufnahme, habe ich euch mal kurz Bilder eingeblendet. Könnt ihr ja nochmal nachgucken. Da hing ich schon mal ein bisschen dran, dass ich das dann so ungefähr hatte, dass es ungefähr so ähnlich aussieht. Ja. Aber ich werde hier nochmal das Bild daneben legen, damit ihr das auch da so mitverfolgen könnt. Ja. Und ich muss aber sagen, ich bin schon ein bisschen gefahren. Deswegen habe ich wieder ein bisschen mehr Geld zusammen beim letzten Mal. Weil ich hatte meinen Kumpel aus München hier. Ja. Da folgt jetzt aber demnächst noch irgendeine Dinner Time. Die muss ich dann noch alles schneiden. Aber das sind 45 Minuten Material. Da muss ich mal schon mal so ein bisschen gucken, dass ich das ein bisschen niedrig halte. So. Und mit dem Camaro bin ich auch schon gefahren. Aber der kommt nicht wirklich auch so pushen. Der ist irgendwie lahmarschig, muss ich sagen. Aber davon könnt ihr euch gleich selber ein Bild machen. Wir gehen mal auf die Garage oder beziehungsweise dann gleich mal in so ein Event rein. Und testen ihn. Ja. Wir nehmen mich jetzt gerade auf. Was ist die Uhrzeit? Wir haben es genau. 11 Uhr und 11. Ich dachte, euch interessiert das. Falls ihr die Karre geil findet. Dings. Lasst doch mal unten einen Daumen da und schreibt mal ein schönes Kommentar. Würde ich mir sehr drüber fallen. So. Und man kennt das von Nitrospeed. Man hat immer diesen langen Lademodus. Das ist wieder. Wie bei Dead by Day. Manchmal wartet man da auch. Da könnte man die Musik jetzt von Jeopardy. So. Ich habe da auf jeden Fall tiefer gelegt. Ich habe da auch schon Spaß gemacht. Klingt auf jeden Fall schon wie Uwe. Uwe. Uwe, seine Kinder, auch so. Oh, jetzt habe ich das Dingstangefallen. Mal gucken, wie ein Licht aussieht. Also für euch ist das jetzt das erste Mal draußen. Naja, ich, dieses Weiß-Rot ist schwarz, ist immer so eine Kombi. Man hat mir zwar gesagt, ich hätte den auch den Werner matt machen können, dann hätte man den besser sehen können. Vielleicht lasse ich mich dazu nochmal überreden oder ich probiere das mal zwischenzeitlich mal aus. Ob das im Matt vielleicht nicht noch ein bisschen geiler rüberkommt, dann werde ich die Scheibe vielleicht am Verchromen. Ich muss mal gucken. So, wir machen jetzt mal, nee, das war jetzt die falsche Taste, das war die Starttaste. Ich vergesse das jedes Mal. So, Nachrichten, was haben wir? Alles klar, da haben wir jetzt nichts. Jetzt suchen wir uns mal, achso, die Karte. Moment. So, was haben wir denn? Alle Missionen. Gucken wir uns die Missionen mal an. Was haben wir denn? Achso, da müssen wir noch was machen. Events. Sammelobjekte. Einrichten. Aktivitäten. Machen wir mal Missionen. Warte, Moment, mich kratzt. Wie juckt's? So. Ja, gut, alles klar. So, dann würde ich mal sagen, das ist schwer. Vielleicht kriegen wir es mit dem Kamero, vielleicht kriegen wir es nicht. Stelle die beste Rundezeit auf einer kurzen Strecke auf. Fahr innerhalb der Zeit. Limit so viele Runden, wie du kannst. Die schnellste Rundezeit gewinnt. Ah. Ob wir das mit dem Kamero schaffen? Wir werden es sehen, wie er sich schlägt. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Kamero, wo ich sage, ach scheiße. Er ist viel zu langsam. Das heißt, eventuell müsste ich mir einen schnelleren Hirsch zulegen. Ich hatte mit Kamero, ne, wollen, weil ich dann irgendwie Masse car und ich finde Kamero irgendwo geil. Und auch vor mehr vom Outfit, so wie so zum Beispiel, sehr hellkert, ja. Und sie Kamero, Kofsteen. Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. So, dann 3, 5, 1. Bisschen schwergängig. Wie ihr seht, der ist so, der ist so, der ist ganz schön sehr mit dem Arsch, um die Kurve zu kommen. Dann war das Skyline schon besser. Weil dieser hier ist auch viel, viel schwerer als das Skyline. Ah. Noch sind der Erste, aber das ist ja jetzt, wie gesagt, wow. Nach dem Start. Oh, der lässt sich echt schwer fahren. Meine Fresse, Alter. Ja, ich bin gerade echt hier so ein bisschen am bürgen. Ja, die Kurve auf jeden Fall besser. Wollen wir nicht nur durchs Ziel. Ja. Nein, links rum. Ach, ich weiß, dass ich, ich habe mich mal im Forum umgelesen, dass nichts, was mir große Probleme hat, dass manchmal irgendwie die Lenkung einfach irgendwie ausfällt und da gar nicht funktioniert. Und deswegen, warum ich manchmal nicht in die Kurve komme, das ist irgendwie, das ist immer noch... Ach, du, oh Mann, das war jetzt mein Fehler. Das habe ich versaut jetzt. Das ist keine Schnittst. Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ja, ich habe... Oh, das war eine rasante Kurve. Oh, scheiße. Der fällt echt tricky, ey. Ich glaube, ich habe die Spur besser einstellen, aber der bei dem... Das wäre, muss ich echt früh. Ich will, dass ich da gerade ein bisschen abgeblockt habe. Ach, scheiße, Mann. Zweiter. Ja, ja, das war ja wohl nichts. Ach, Mist. Also, der lässt sich eh schwer fahren. Also, ich glaube nicht, dass er wirklich für solche Drifte, hätte ich den Skyline nehmen müssen, weil der ist schon besser. Dann geht er schön rein. So, komm, mach überspringen hier. Mensch, Mensch, das dauert ja wieder ewig in dem Spiel hier. Ehe, schlagen, jawohl, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ja, ja. Schieb dir deinen Anruf sonst wo hin. Ich werde mal das Auto wechseln, weil das Ding bringt es nicht. Vielleicht komme ich auch mal dazu, den MX-5, den neuen zu stylen, aber ich denke, der fährt vielleicht nicht viel anders als der Skyline. So habe ich das gerade. Was hat sie denn? Wenn viele es verlangt haben, wiederholen wir den letzten Lauf. Die Menge scheint hinter dir zu stehen. Ja, ich will es auch nicht enttäuschen, deswegen hole ich jetzt mein HP-Männchen raus. Und, äh, ja. Dann dürfte das eigentlich mit dem Skyline kein Problem sein. Hoffe ich mal. So. Auf, los geht's los. Nee, Garage, nix betreten. Ah, nun, du Sohn der Palme. So. Mission. Wollen wir es denn hier unten? Also, so schwer finde ich das aber gar nicht, weil da steht schwer dran. Das hätten sie irgendwie auch mittel machen müssen oder auch leicht. Weil, wenn ich jetzt da vorher nicht so ein bisschen rumgedingelte, hätte ich die, äh, die Zeit gehabt, ne? Das ist sehr interessant. Was sie das schwer nennen. Naja, gut, okay. Lauf 9, meine ich das nur oder wird es langsam heiß? Naja, es wird Eis, eiskalt. Ja, aber der Skyline ist wieder an dem Punkt, er möchte driften. Und wenn er dann einmal drifft, im, drin ist, dann geht er auch so schnell, äh, nicht runter vom Gas. Ah, komm rum. Okay, so geht's natürlich auch. Nochmal ein ganz schnell gerettet. Komm mal rein. Jawoll. So, direkt 39. Komm rum. Ah! Ich hab jetzt auf die scheiß Zeit geachtet. Ja. Abkürzen. Ich hab ganz, ganz vergessen, dass ich hier nicht das Spiel spiele und nicht die Crew, weil du meine Crew, äh, abkürzen tust. Äh, das vielleicht so. Ah, da kommt dann dieser Pissvogel, ey. Aber diese scheiß KI, Alter, in dem Spiel. Ich hab's echt nicht vermisst. Ich war froh, dass ich zwischendurch mal dieses Spiel nicht angepackt habe. Hab auch vermisst, weil ich, äh, sonst, ja, keinen neuen Content hatte. Ich musste mir was einfallen lassen und hab dann, äh, gestern für euch, ne, heute, die Folge kommt morgen raus, also, heute, also hab ich gestern die letzte Folge öffentlich gestellt, die ich noch, äh, übrig hatte. Ja, das muss ich ein bisschen hinziehen, weil ich noch keine Kontrolle hatte. Dann fährst du da wieder lang. Okay, Skyline, kein Problem. Oh, okay. Können wir doch quer ab hier, Emma. Will ich das bei Gritt Autosport machen? Zeitabzug. Weiß ich, warum mit dem, mit dem, mit dem Camaro da nicht geradeaus gefahren wird. What the fuck? Ah! oh der hat mich jetzt noch mal zeit gekostet und jetzt wieder einholen das war nicht so toll gerade aber leute das gibt es doch nicht soll das mit 32 340 dir bringt doch die hüfte weg die flamme den gefehlt gibt es doch so machen halt da 40 hatte 37 bin am zweiten dann kommt ja ach so jetzt habe ich den hydranten kaputt gemettert stand er jetzt weh geschlagen ich habe gar nicht drauf geachtet da war wieder einer hat die zwei planer zweiten zählt nicht so wie das sache sehr manu style war manu style aber da ist auch ein haken vor also nächste frage warte mal das war doch mit kein block oder nicht mentale block Prozent warte mal ich hab doch eine nachricht von dem oder für karte anzeigen ach guck da teleportieren jawohl das war doch mit dem kenbrock um gibt es so nicht war zu langsam Alter wenn ich die eine Kurve da vielleicht versaut hätte welch schneller gewesen da hatte ich jetzt das nicht ruhig eingesetzten K das will ich damit kein block ja doch sie ist er das war jetzt ich werde mir auf driften einstellen weil irgendwie will der nicht oder ich bin total raus aus der übung ich habe das echt nicht verschwissen bevor ich das netzplayer durch habe weil nicht was bieten würde ich sagen immer mal so ich meine es ist nicht schlecht so allein das ist so diese dieser man kennt etwas wie von der grafik und so weiter ja das ist halt typisch mit der speed so alle wird so aber man man und die denken sie was strecken aus das ist das erste mal gefahren wir haben mich besser geschlagen ich weiß aber ey vor allem wieso need for speed immer nur dunkel 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 es gibt nicht mal wirklich tageslicht ja schon abend man kann auch autoren mal über tageslicht fahren um Windows wo es meistens anbremse und dinge zugleich drücken weil er sonst nicht rum jetzt war ja auch du dummer und er hat sie an er braucht eine laterne jetzt aber rote schlecht virus rote schlecht was aber ganz schön nachgelassen digga hast du selbst schuld es ist anders wenn ich das nicht nur einfach so die luft blase aber gleich wird es interessant weil ich wieder in die stadt komme da bricht die höchste diese von rechts nach links von links nach rechts leider nicht was mit ist besoffen er dürfte ich muss punkte weil ich wusste wie wir sie gar nicht halt noch anbeziehung aber das gibt es doch nicht wieso doch man das war ja was so eine kure was hat denn jetzt ja kennen alle meister ich habe du bist doch da rein jawohl was ist hier rum mensch du musst doch nicht auf dinge bleiben auf rocker kurs ja auch mensch so ekelhafte kackhure da rein geh weg ne ne ja komm rum komm 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 schon du brechelse ja also mir fällt da nichts mehr ein mir fällt richtig ich weiß warum das auto nicht lenken will 70 vor 90 jetzt streng dich mal an auto das kann doch nicht das ist doch nochmal dass der nicht da vor mann komm ach geh geh kacken rum 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 driften ja nochmal scheiß kreisel hallo siehst du denn das ding nicht oder wann da mal die verkleidung da jetzt geht mir auf den sack alter und je schrott hallo ab du arschloch steht da so eine dreckskarre mit also mit das an einer seite mit diesen schlage irgendwas das ist neu das hat man vorher noch nicht gehabt meine fresse da steht da dieser müll auf der straße da wie man etwas mit welt damals auch fehl 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 meine fresse ich hab's gepackt ja hier so einiges mit dir und meine besprechen bis später kumpel boah mann 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 aber eh moment so hier ort auf katan zeigen telefonieren gucken wir uns mal das video an ja radio stars radio star au 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 au